Heute werfen wir mal einen Blick auf die Zukunft von Disney Plus und fragen uns, was uns da bald erwarten könnte. Bedeutet, wir gucken mal, was in den News so geht. Und das betrifft unter anderem Grey's Anatomy, die Simpsons, den Film Soul, natürlich auch Marvel und Star Wars. Also, los geht's! Und starten wir doch die ersten Disney Plus News hier auf diesem Kanal doch mit den Simpsons. Denn hier wurden zwei weitere Staffeln bestellt, bedeutet Nummer 33 und 34. Damit erreicht die gelbe Familie nicht nur 34 Staffeln insgesamt, sondern auch die 750. Folge. Bald erreichen sie übrigens die 700. Folge. Auch hier dürfte nochmal ein extra Special entstehen in dieser Folge. Momentan gibt es 31 Staffeln auf Disney Plus. Die 32. dürfte es dann auch bald geben. Mal gucken, wann. Wie ist denn mit euch? Guckt ihr überhaupt nach die Simpsons oder denkt ihr, nee, über 30 Jahre, irgendwann ist doch auch mal gut. Aber ich vermute, so schnell kommt kein Ende. Und machen wir weiter mit Soul. Der Film bekommt nicht direkt einen zweiten Teil, aber zumindest eine Vorgeschichte serviert. Und zwar in Form einer Kurzgeschichte. Denn auf der offiziellen Disney Plus Seite von Lateinamerika wurde ein Kurzfilm entdeckt, der sich 22 Against Earth nennt. In diesem Kurzfilm soll es um die Seele 22 gehen, die vor den Ereignissen von Soul 5 Freunde findet, um eine Rebellion in der Seelenwelt anzuzetteln, um eben das System zu stürzen. Und das gelingt vermutlich auch. Der Kurzfilm ist für den 30. April deklariert worden in Lateinamerika. Hier wissen wir, dass er in Deutschland noch nicht kommt wird. Auch in Amerika ist er noch nicht gelistet. Aber wenn er bereits in Lateinamerika gezeigt wird im April, dann wird es nicht lange dauern, bis wir uns auch hier in Deutschland auf einen quasi zweiten Teil oder eben zumindest eine kleine Geschichte freuen dürfen. Machen wir weiter mit der wohl beliebtesten erste Serie. Hier gibt es die 17. Staffel, wie man im Was kommt im April auf Star-Video schon erwähnt, eben ab dem 21. April direkt auf Star und dann wöchentlich. Es kann sogar die letzte Staffel sein. Das sind aber nur Gerüchte. Und auch eine Woche später erst, und das ist ein Fakt, am 28. April startet dann die 17. Staffel auf ProSieben und dann eben auch auf Join. Wenn du also einer der ersten sein willst hier in Deutschland, dann holst du dir jetzt noch schnell Disney+. Erinnert ihr euch noch an den Film Verwünscht mit Patrick Dempsey und Amy Adams, der 2000, glaube ich, hier in Deutschland zu sehen war? Auf jeden Fall bekommt der ja einen zweiten Teil. Das hat man ja letztes Jahr auf dem Investoren-Day von Disney schon erfahren. Jetzt sind weitere Schauspieler bekannt. Natürlich sind Amy Adams und Patrick Dempsey auch noch dabei. Und die Dreharbeiten dazu müssten jetzt eigentlich im Frühling starten. Die beiden Schauspieler, die jetzt noch ihre Rollen bestätigt haben, sind einmal James Marsden und die andere ist Idina Mansell, die in ihren Rollen zurückkehren werden. James war ja hier Prinz Edward. Bevor wir gleich zu Marvel und Star Wars kommen, gibt es noch ein Update in Sachen Kinostarts, weil Disney Plus auch hier seine aktuelle Liste veröffentlicht hat. Und zwar gibt es jetzt einen festen Zeitpunkt für Black Widow und Cruella de Vil, selbst wenn es keine Kinoöffnungen hier in Deutschland geben sollte. Konkret bedeutet das, dass wir uns am 28. Mai auf Disney Plus auf Cruella freuen dürfen. Wenn die Kinos öffnen, dann dürfen wir uns am 27. Mai in den deutschen Kinos auf diesen Film freuen. Bei Black Widow ist das der 9. Juli. Hier kommt der Film auf Disney Plus und am 8. Juli käme er dann hier in Deutschland in die Kinos. Beide Filme gibt es bei Disney Plus aber hinter einer Paywall. Bedeutet, vermutlich müssen wir hier jeweils 21,99 Euro bezahlen, wenn wir die beiden Filme dann eben zum Start direkt sehen möchten. Die weiteren Titel, die dann ebenfalls noch für euch spannend sein dürfen im Jahre 2021, sind dann einmal A Djungle Cruise. Der neue Film mit Dwayne Johnson sollte auch schon letztes Jahr in die Kinos kommen. Der landet jetzt am 30.07. bzw. dann wahrscheinlich am 29.07. der Donnerstag hier in Deutschland. Am 12.08. dürfen wir uns dann hier in Deutschland auf den neuen Film mit Ryan Reynolds freuen. Und zwar Freeguide, der sollte ja auch schon 2020 in die deutschen Kinos kommen. Und am 2.09. geht es dann mit Marvel weiter und zwar mit Shang-Chi. Eternals, 4.11. und da gibt es noch am 22.12. Denn Kingsman bedeutet gleichzeitig Tod auf dem Nil. Wurde ins Jahr 2022 verschoben. Und dann habe ich eben noch Luca vergessen. Der landet am 18. Juni direkt auf Disney Plus ohne Paywall. Und landet damit wie Souls direkt im Hauptprogramm. Und ich denke auch, das wird ein feiner, süßer Film aus dem Hause Pixar. Und kommen wir jetzt mit neuen Infos zur Secret in Welten Serie zum Marvel-Thema. Weil hier ist einer der Oberbösewichte bekannt geworden. Die News ist an sich zwar schon ein paar Tage älter, aber ich fand sie trotzdem wichtig. Und vielleicht habt ihr es ja noch nicht gehört. Denn einer der Oberbösewichte wird von dem Schauspieler Kingsley Ben Adil verkörpert. Den kennst du vielleicht aus dem Film Noel oder aus der Serie High Fidelity. Die Dreharbeiten zu Secret Invasion soll im Frühjahr diesen Jahres starten. Drücken wir die Daumen, dass das auch klappt. Damit wir sie dann 2022 bei Disney Plus bewundern können. Und sie könnte entweder die Vorgeschichte von Captain Marvel 2 erzählen oder danach stattfinden. Der Film, also Captain Marvel 2, soll ja aktuell noch im November 2022 in die Kinos kommen. Von daher sind wir mal gespannt, ob die Serie vorher oder nachher dann eben auf Disney Plus landen wird. Und kommen wir jetzt auch zu der Star Wars News, die vielleicht einige Fans traurig stimmen. Wertweise Best und Stan hat noch einmal in einem Interview betont, er wird nicht Luke Skywalker spielen. Es gibt hier nichts Offizielles. Nur wenn Mark Hamill zu ihm kommen würde und wirklich sagen würde, ey Sebastian, ich würde die Rolle gerne mit dir teilen. Dann wird er es glauben und dann könnte er es sich auch vorstellen. Aber nein, es gibt nichts Offizielles dazu, dass er eben niemals Luke Skywalker verkörpern würde. Die Idee kam aber von vielen Fans auf, als ein Bild von ihm eben auf Luke Skywalker gemorpht wurde. Und seitdem gibt es das Gerücht, dass er eben Luke Skywalker verkörpern könnte. Und man muss ja zugeben, er sieht ganz gut aus als Luke Skywalker. Er würde sich wohl auch gut in der Rolle machen, würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, etwas Offizielles gibt es dazu nicht. Und aktuell würde ich auch sagen, es ist eher unwahrscheinlich. Macht ja nichts. Momentan können wir ihn zumindest noch als Bucky in der Marvel-Serie bewundern. Und zwar Falcon and the Winter Soldier. Und kommenden Freitag gibt es hier ja auch wieder eine neue Episode. Und dann bin ich am Ende meiner ersten Disney Plus News hier auf diesem Kanal. Und wir haben ein paar Einblicke bekommen, was uns bald auf dem Streamlitz erwarten könnte. Und natürlich auch im Kino und was in den einzelnen Produktionen so passiert. Was sagst du denn dazu? Hast du Bock, regelmäßiger hier News auf diesem Kanal anzutreffen? Unregelmäßig, regelmäßig vielleicht dann eben nur im Rahmen von Disney beziehungsweise Disney Plus? Lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann mach das gerne. Darüber würde ich mich natürlich ebenfalls sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen schönen Tag. Und bis denn.